Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so eine Nasendusche eigentlich selber richtig durchführen kannst, wenn du einfach leicht schnupfen hast. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch kurzer Hinweis, wenn du dir bei der Anwendung irgendwo unsicher bist, dann lieber gleich zum Experten, also zu einem Hausarzt gehen und dort einfach um Rat fragen. Doch genug geredet, jetzt brauchen wir erst einmal eine Nasendusche hier, welche eigentlich von jedem Hersteller relativ ähnlich ausschaut und dann auch noch spezielles Nasenspülsalz, was es entweder immer in großen Packungen gibt oder auch in solchen kleinen Portionsbeuteln hier. Von Experten wird empfohlen, dass man pro 100ml Wasser ungefähr 0,9g Salz verwenden sollte und bei mir ist es jetzt der Fall, dass ich zum Beispiel eine 300ml Flasche habe und dafür kann ich dann auch diesen kleinen Portionsbeutel verwenden, welcher genau 2,7g Nasenspülsalz beinhaltet. Ein normales Speisesalz hier kann ich dir für die Nasendusche übrigens nicht empfehlen, da es sein kann, dass hier zum Beispiel unerwünschte Zusatzstoffe beinhaltet sind, welche deine Nase einfach angreifen. Vor jeder Benutzung solltest du deine Nasendusche mal mit warmen Wasser gut ausspülen, dass diese wirklich wieder schön sauber ist und wir können eine Portion von diesem speziellen Nasenspülsalz einmal in dein Behälter geben. Anschließend das Ganze mit lauwarmen Wasser bis oben hinfüllen, perfekte Temperatur sind übrigens 37 Grad. Deckel draufschrauben, dass diese wirklich fest sitzt, hier vorne einmal etwas zuhalten und wir können den Behälter schön durchschütteln, dass sich das Salz wirklich überall gleichmäßig löst. Bei älteren Modellen befindet sich hier oben jetzt einfach ein Loch, was wir mit unserem Zeigefinger zuhalten müssen und wenn wir die Nasendusche durchführen, einfach den Zeigefinger nach oben hinweg geben und schon läuft das Wasser unten raus. Bei neueren Modellen haben wir hier oben jetzt schon ein spezielles Ventil, das normalerweise immer geschlossen ist, solange ich meinen Finger jetzt nicht drauf tue, aber wenn ich meinen Finger einmal drauf drücke und nach oben bleibe, dann schießt das Wasser hier unten raus, Finger runter und es schließt wieder. Bevor ich beginne, noch kurz zur Theorie, ich gehe mit meinem Kopf einmal leicht über das Waschbecken hier drüber, setze meine Nasendusche auf der einen Seite am Nasenloch an, gehe mit meinem Kopf entgegengesetzt zur Nasendusche leicht schräg rüber und dann muss ich meinen Mund einmal ganz weit öffnen und durch den Mund natürlich auch atmen. Wenn das alles geschehen ist, kann ich hier oben den Knopf drücken und die Nasendusche läuft von selbst durch das eine Nasenloch so lange durch, bis ich wirklich die Hälfte von meinem Behälter hier einmal aufgebraucht habe. Die erste Hälfte ist durch, jetzt nicht den Fehler machen, dass man schnäuzt, am besten nur mit dem Tempo mal leicht abtupfen und dann durch das andere Nasenloch genau dasselbe nochmal. Die Nasendusche ist jetzt komplett leer, jetzt nochmal mit dem Kopf so leicht hin und her bewegen, dass das restliche Wasser hier oben auch wirklich alles rauskommt und am besten nochmal mit einem Papiertaschentuch einfach abtupfen. Wichtig, nicht schnäuzen. Zum Schluss alles nochmal mit warmen Wasser ab- bzw. ausspülen und schon haben wir unsere Nasendusche auch selber richtig durchgeführt. Bei leichten Schnupfen solltest du so eine Nasendusche übrigens circa ein- bis dreimal am Tag machen und wenn du dir jetzt so eine Nasendusche oder auch Nasenspülsalz noch zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra im Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir als eins für dieses Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.